Ich schon wieder werdet ihr denken, aber ich muss mich jetzt noch mal kurz melden, denn Mittag ist die Meldung reingekommen, dass Gerd Müller gestorben ist, einer meiner großen Fußballhelden meiner Jugend. Der war eine der großen Persönlichkeiten des deutschen Fußballs neben Sepp Maier, Franz Beckenbauer, Berti Vogts, Uli Hoeneß, Paul Breitner und vielen anderen. Er war der Bomber der Nation, er war der beste Stürmer der Welt und da wird keiner jemals wieder herankommen, auch kein eingekaufter Legionär, der vielleicht statistisch ein paar Tore mehr geschossen hat. Gerd Müller ist und bleibt der Bomber der Nation. Er war lange krank, trotzdem ist sein Tod jetzt überraschend gekommen. Ich verneige mich vor Gerd Müller, sage Dankeschön für die vielen schönen Stunden meiner Jugend, als ich dich beim Tore schießen bewundern konnte. Servus Gerd. Schönen, tröres Gerd. Verneige mich zu Auf und auf